Dann wird das nicht so einfach mit der Karte, die ich momentan drin habe. Und das WG-Ging habe ich mir einfach mal eine neue bestellt. Von der Nvidia, eine der neuesten, die zurzeit... Sie ist aus dem Sommer diesen Jahres, und wir haben ja noch Sommer, also wetterlich, ja gesehen. Ich weiß nicht, es ist, äh, äh, September. Und die kam aus dem Juni, glaube ich. Ja, damit werde ich dann erstmal, äh, noch lang genug was von haben, und müssen wir dann nicht dauerhaft wieder... Oh, scheiße! Ja, einfach mal hierbleib. So. Oh, mushi, mushi, mushi. So, Fräulein, mushi hat sich umgedreht. Jetzt kriegt er eine Kugel in seine... demnisch... ...birne. Arschloch, oh, voll im Hals. Hm, Glutbad von Fangs, und so. Jetzt aber... Dann machen wir mal unten, dass die uns nicht gleiche... So, was... Oh, scheiße! So, äh, ich bin rechne, nur deswegen sage ich nicht viel, und wenn, dann auch nur scheiße. Deswegen... Hier läuft nur ein Schirm. Oh, scheiße! Laub! Kurz. Und schon muss noch einen, den am Schleichen noch mal. Also wir haben nur eine Kugel nahe Ballon mit dem Ohrmann die Fressen. Da ist er doch. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr Vereine sind, die gerade einfach nur auf dem Radar nicht angezeigt werden. Aber jetzt müssen wir auch durch offenes Gelände. Das ist natürlich jetzt scheiße. Aber, ne, hier ist keiner mehr. Und... Da müssen wir... Sie sind entkost und haben Rodríguez mitgenommen, wenn wir sie nicht finden und den Rettnister erleben. Einer hab ich erwischt. Fahr da, retter her, du, Spaß! Oh, verdammt. Müsst du denn jetzt gescheitert, oder? Okay, ne. Die Mission lief nicht wie geplant. Alpha-9 konnte General Vazquez nicht eliminieren und Agent Rodríguez wurde enttarnt. Das Team ist auf dem Weg zum Treffen mit Stingray, ihrem Evakuierungsboot. Das Boot bringt sie zu dem Ort, an dem Rodríguez aller Voraussicht nach festgehalten wird. Stingray muss mir nie... Ich bin so lustig. Wir halten uns an den Grundsatz, niemand wird zurückgelassen. Oto, 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 Oto! Oto, Oto! Oto, 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 Oto! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Stingray ist unterwegs. Geschätzte Ankunft in 5 Minuten. Sie müssen das auf Ihrem GPS gekennzeichnete Gebiet säubern. Over. Verstanden, Mother 2. Sind unterwegs. Folge mir. Halt den Kopf unten und bleib an mir dran. Und lass dich in keine Kämpfe verwickeln, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also los. Feind nähert sich. Versteck dich im Gewisch. So, apropos Feind nähert sich. Das Ende dieser Folge nähert sich auch. Und ich sag dann bis zum nächsten. So, willkommen back to Let's Play. Dingsabumster. Scheiß drauf. Weiter geht's. Hier, Mother 2. Kommen. Stingray ist unterwegs. Geschätzte Ankunft in 5 Minuten. Sie müssen das auf Ihrem GPS gekennzeichnete Gebiet säubern. Over. Verstanden, Mother 2. Ja, da hinten kommen Leute und Spaß hier. Folge mir. Halt den Kopf unten und bleib an mir dran. Und lass dich in keine Kämpfe verwickeln, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also los. Feind nähert sich. Versteck dich im Gewisch. Nö. Du nett oder was? Du spast. Será mejor que los dos reclutantes de Comforte. Algunos necesitan mejoras, Fatito. Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso. Hey, hombre. ¿Puedo preguntarte algo en serio? ¿Cuándo mataste a tu primer hombre? Hace 10 años. Sacabamos Mercado del Puerto y un pescador nos preguntó que qué hacíamos. Sie se peck. Sie se peck. Será mejor que los de nuevo reclutantes de Comforte. Algunos necesitan mejoras. Genau, renne jetzt mal über den Strand, du Idiot, ey. Da ist noch einer. Du hast grünes Licht. Bam! So, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. BAM! 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 Wir haben Gesellschaften. Feinde auf 12 Uhr bei der Hütte. Schalt sie aus. Du bist ein Spaß, die Junge. So eine dämliche... Oh, scheiße, die in der Ekte fällt. Da hinten sind noch ganz viele. Du bist so ein dämlicher Penner, ey. Drei Schüsse, OMG. Wie nubig. Moment. Du bist auf dem Weg zum Treffpunkt. Na los.